Ja, ich bin Nina Wagemayer von Werk 2 bzw. von der Print Group, arbeite im Marketing, Digital Marketing und bin vor allem für Social Media zuständig. Mein Vortrag darf man nicht verpassen, weil wir geschafft haben, Digital Natives und Digital Immigrants zu vereinen und dann einen interessanten Vortrag daraus zu machen, warum Print eigentlich noch da ist, wo es ist. Es ist mein erster Print Day, ich habe ihn seit drei Jahren mit vorbereitet und das Besondere ist, dass es endlich stattfindet, live vor Ort mit Corona und wir es trotzdem irgendwie geschafft haben, hoffentlich allen ein sicheres Gefühl zu geben.